Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem PTS. Heute ist der dritte und letzte Teil meines kleinen Guides über die neuen Bonis auf den Sets und heute werden dran kommen das finale Maßnahmeset, das Reclaimer-Set, das Taktikerset, der einsame Held und das Banshee-Set. Und mit dem Banshee-Set machen wir auch mal direkt den Anfang, denn das ist ein vollkommen neues Set. Das Ganze ist entstanden aus dem ehemaligen Blind-Set, da haben die Entwickler sich ja dazu entschlossen, das aus dem Spiel zu nehmen und dafür ein reines PvP-Set mit hinein zu implementieren und ich gucke mal direkt mit euch rein hier in die Boni. Hier haben wir beim Zweier-Bonus schon mal plus 20% geplünderte DZ-Währung. Ganz klar, versteht glaube ich jeder, bekommt man mehr Währung, ist nie verkehrt, aber jetzt auch nicht so pralle, da hätten sich sicherlich die PvP-Spieler lieber was anderes gewünscht als jetzt hier die Währung und beim Dreier-Bonus haben wir hier plus 10% Schaden an Zielen außerhalb der Deckung. Das ist sicherlich eine ganz gute Sache, aber so richtig rund geht es dann hier im Vierer-Bonus und zwar haben wir hier, als Abtrünniger-Spieler wird die Munition alle 30 Sekunden vollständig aufgefüllt. Der Schaden durch nicht-abtrünnige Agenten reduziert sich um 10%. Im ersten Teil gibt es eigentlich nichts, was man irgendwie falsch verstehen könnte. Klar, es füllt sich die Munition alle 30 Sekunden auf, das ist schon mal nicht verkehrt als Rogue und gegnerische Spieler machen eben weniger Schaden, auch das ist sicherlich keine schlechte Sache. Also lesen wir den zweiten Abschnitt. Als nicht-abtrünniger Agent erhöht sich der Schaden gegen abtrünnige Spieler um 10%. Beim Tod geht keine Darkzone-EP oder Währung verloren. Ich glaube auch da versteht man eigentlich nichts falsch im zweiten Abschnitt, denn man macht mit diesem Set 10% mehr Schaden an Rogues. Wenn jetzt der Gegenspieler dieses Banji-Set trägt und ich dieses Banji-Set trage, dann hebt sich das Ganze auf und ist auch ganz sinnvoll, denn das bringt so ein bisschen Druck rein, dass man eventuell sich dazu entschließen könnte, doch dieses Banji-Set anzuziehen. Ob es denn wirklich im PvP, also in der Darkzone dann so sein sollte, dass das Set sich durchsetzt, weiß ich nicht. Ich selbst habe das Set bisher noch nicht getestet, hört sich aber in der Theorie ganz gut an. Beim zweiten Abschnitt gibt es noch eine ganz gute Sache für Nicht-Rogue-Spieler, denn die verlieren eben keine EP oder eben keine Währung, wenn sie in der Darkzone sterben sollten. Damit würde ich sagen, schauen wir mal direkt rein ins nächste Set und da werden wir uns das finale Maßnahmeset anschauen. Das finale Maßnahmeset wird wohl in Zukunft das Tank-Set überhaupt, denn das Ganze bringt so viele Vorteile für Tanks mit, dass es da wohl kaum eine Alternative zu gibt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein in die Boni, was es denn da so Spannendes für Tanks gibt. Zum einen haben wir hier im Zweier-Bonus schon mal plus 25% exotische Schadensminderung. Ganz klar, wenn irgendwelche Granaten hochgehen, wenn irgendwo was brennt, wenn hier irgendwie mit Strom rumgemacht wird oder andere Sachen, dann ist exotische Schadensminderung genau die Sache, die für Tanks gut ist, aber natürlich auch für andere Spieler. Dann haben wir hier im Dreier-Bonus schon mal Schutz vor Elite. Auch das ist eine ganz schicke Sache, wenn man in Hohen und Körschens spielt oder auf hohen Stufen im Underground, dann hat man es ja wirklich nur noch mit Elite-Gegnern zu tun und von daher ist mehr Schutz auf jeden Fall eine schicke Sache. Im Vierer-Bonus wird es dann aber für Tanks so richtig interessant, denn wenn in Reichweite einer feindlichen Granate oder eines Mörsers werden diese entschärft und ihrem Inventar hinzugefügt. Das Ganze ist nur alle 15 Sekunden möglich. Ganz klar kann man, glaube ich, nichts falsch verstehen, wenn man also im roten Bereich von, sagen wir jetzt mal, einer Granate steht, dann muss man nichts weiter tun, also nicht wie vorher, dass man da irgendwelche Aktionen ausführen muss, sondern ist ganz passiv, man muss im roten Kreis stehen und die Granate wird automatisch entschärft und wandert ins Inventar. Das Ganze ist 15 Sekunden lang dann auf Cooldown, ist aber auch gar kein Problem, denn 15 Sekunden sind wirklich schnell rum und somit ist es eine ganz hervorragende Sache. Wie schon gesagt, ich glaube, das wird das Tank-Set überhaupt und viel mehr kann man da, glaube ich, im Moment nicht zu sagen. Einen ausführlichen Guide hier zum finale Maßnahme-Set wird auf jeden Fall kommen, wenn das Update 1.4 auf dem Live-Server online ist. Dann werde ich natürlich auch zu allen anderen Sets dementsprechend noch Builds zeigen und euch nochmal ein bisschen weiter im Detail über die verschiedenen Sets informieren. Jetzt machen wir aber mal weiter und gehen zum Reclaimer-Set. Jetzt müssen alle, die das Reclaimer-Set als Full-Support gespielt haben, tapfer sein, denn das macht in Zukunft so einfach keinen Sinn mehr. und ich werde mal mit euch kurz reinschauen in die Boni und dann werde ich euch auch noch kurz erklären, warum das keinen Sinn mehr macht. Hier haben wir zum einen beim 2er-Bonus plus 50% Verbrauchsgüter Dauer, beim 3er-Bonus haben wir plus 50% Hilfsposten Wirkzeit und beim 4er-Bonus haben wir nach wie vor die wunderbare Sache mit den Verbrauchsgütern und zwar Verbrauchsgüter und besondere Munition wirken jetzt auf die gesamte Gruppe und werden bei Nutzung nicht mehr verbraucht. Löst den Cooldown für Verbrauchsgüter aus, kann jedoch keine Verbrauchsgüter auslösen, die sich im Cooldown befinden. Was bedeutet das? Ganz klar, wenn ich jetzt mir zum Beispiel Brand-Mulition reinhaue, dann ist es so, dass die gesamte Gruppe eben Brand-Mulition hat. Wenn sich jetzt die Brand-Mulition im Cooldown befindet, dann kann ich keine weitere Brand-Mulition einfach auslösen, da ja, wie gesagt, die eben noch im Cooldown ist. Warum macht jetzt dieses Reclaimer-Set als Supporter in Zukunft so keinen Sinn mehr? Ganz einfach, die Smart-Cover, die vorher der Gruppe 75% Schadensreduzierung gegeben hat und 50% mehr Schaden ist genervt worden. Die generiert keinen mehr Schaden mehr und daher ist das ein enormer Einschnitt für die Gruppe. Das bedeutet nämlich, dass der Reclaimer nicht wie vorher hergehen kann und kann sich voll auf Supporten konzentrieren, sondern der muss jetzt auch wirklich als Damage-Dealer weitestgehend funktionieren, sonst ist einfach der Damage-Verlust für die Gruppe viel, viel zu groß. Aber noch lange nicht Hopfen und Malz verloren, denn ich denke mal, dass man den Reclaimer jetzt mit dem Update 1.4 auch recht gut als DD spielen kann. Das heißt, man wird hergehen und wird den eben entsprechend auf Schaden pushen, denn für diesen Vierer-Bonus, dass ich eben diese spezielle Munition benutzen kann oder eben ein Wasser, um 20% mehr Schaden auf Elite zu machen, brauche ich keinen hohen Tech-Wert. Und das ist eben der Vorteil. Das heißt, ich bin hier nicht abhängig von Elektronik oder von Fertigkeitenstärke, sondern ich kann diese Fähigkeit weiterhin unabhängig von der Höhe der Fertigkeitenstärke einsetzen und deswegen ist es für den Rückholer noch lange hier nicht zu Ende. Das schaut bei unserem nächsten Set allerdings offen gestanden anders aus, denn jetzt werden wir zum Taktika-Set kommen. Wie schon angesprochen, halte ich das Taktika-Set für den großen Verlierer vom Update 1.4. Die Gründe hatte ich eben schon angesprochen, man braucht einfach den Supporter nicht mehr so, wie das vorher war und die Bonis des Taktika-Sets, in die wir jetzt gleich mal reinschauen, sind einfach voll dafür ausgelegt, als Taktiker zu spielen, also sprich als Supporter zu spielen. Und hier haben wir schon mal im Zweier-Bonus 10% Fertigkeiten Eile, dann haben wir im Dreier-Bonus 10% Fertigkeiten Stärke und im Vierer-Bonus ist es so und das ist der absolute Todesstoß, wenn ihr euch die Sache mal auf der Zunge zergehen lasst. Ich lese euch das mal vor. Pro Kugel, mit der ihre Gruppe Gegner trifft, gewinnen sie 0,2% Fertigkeiten Stärke, wobei der Bonus maximal 30% betragen kann. Der Bonus verschwindet nach 10 Sekunden, wenn er nicht aufgefrischt wird oder wenn er 10 Sekunden lang volle Stärke hatte. Also ganz ehrlich, ich habe echt für viel Verständnis, aber was die Entwickler sich dabei gedacht haben, das begreife ich nicht. Denn lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der Aufbau vom Bonus, das ist okay, das funktioniert ganz gut. Die 30% sind nicht mehr so stark wie vorher, das ist aber auch noch okay. Jetzt kommen wir aber wirklich zum absoluten Irrsinn. Wenn eure Gruppe keinen Schaden macht, und zwar 10 Sekunden lang, dann verschwindet der Bonus, den ihr bisher aufgebaut habt, schlagartig. Und diese 10 Sekunden gehen wirklich wahnsinnig schnell rum, wenn man sich von Gruppe zu Gruppe arbeitet. Aber nicht genug. Jetzt stellen wir uns mal vor, ihr seid unterwegs in einem harten Kampf, habt hier jetzt wirklich einen Haufen Gegner zu legen, euer Bonus ist voll, 30% erreicht, juhu, wunderbar. Die Uhr tickt. Nach 10 Sekunden ist dieser Bonus wieder schlagartig verschwunden. Das heißt, damit wird dieser Vierer Bonus vollkommen unkalkulierbar. Man weiß nie, wann hat denn der Taktiker auch wirklich sein Maximum erreicht. Wie gesagt, es ist ja nicht nur, dass der Vierer Bonus wirklich für die Katz ist, sondern es ist auch so, dass die Smart Cover, die vorher eine ganz wichtige Sache letzten Endes für die Gruppe war, dass sie die genervt haben. Der Taktiker müsste theoretisch mit Schaden machen, um den Damageverlust auszugleichen. Da aber alle Bonis, die hier als Taktiker vorhanden sind, letzten Endes gar nicht darauf ausgelegt sind, Schaden zu machen, sondern als Full-Supporter zu spielen, wird es unglaublich schwer, mit dem Taktiker auch wirklich auf einen vernünftigen Schaden zu kommen. Ja, damit würde ich sagen, war es das so ziemlich für den Taktiker gewesen. Ich wüsste im Moment keinen vernünftigen Einsatzbereich. Wir haben auch etliches damit rumprobiert, dass man dem Taktiker doch noch vielleicht irgendeine sinnvolle Rolle zusprechen kann. Aber es fällt mir im Moment echt schwer. Wie ich schon gesagt habe, damit ist der Taktiker im Moment für mich der große Verlierer. Vielleicht ändert sich das aber noch. Kommen wir also zum nächsten Set. Und mit dem einsamen Held-Set sind wir dann auch beim letzten Set angekommen. Was ich euch in diesem Guide vorstellen werde, schauen wir auch direkt rein in die Boni, was denn hier das einsame Held-Set so mitbringt. Hier haben wir im Zweier-Bonus plus 100% Munitionskapazität. Im Dreier-Bonus haben wir plus 8% LMG-Schaden und nochmal plus 8% Schrotflintenschaden. Dann im Vierer-Bonus schaut es wie folgt aus. Wenn die Waffe wieder geholstert wird, wird sie sofort nachgeladen. Zum Dreier-Bonus muss ich sagen, bei mir ist es so, ich war noch nie ein großer Fan von LMG und Schrotflinten. Das hat sich auch mit dem Update 1.4 hier auf dem Testserver nicht geändert. Die LMGs, also sprich die leichten Maschinengewehre, weiß nicht, die haben mich noch nie so richtig überzeugt. Sie machen nicht richtig Schaden und auch ansonsten überzeugen sie mich nicht sonderlich. Schrotflinten bin ich einfach nicht so der Typ für. Ich weiß, es gibt Spieler, die spielen sehr gerne mit Schrotflinten. Für die sind dann natürlich auch die plus 8% eine schicke Sache. Was der Vierer-Bonus angeht, ist eigentlich auch klar, wenn ihr die Waffe wieder auf die Schulter nehmt, dann wird die automatisch nachgeladen. Ihr müsst also nicht manuell nachladen und würde man jetzt immer wieder zwischen beiden Waffen hin und her wechseln, nachdem man geschossen hat, würde man niemals ein leeres Magazin haben. Insgesamt muss ich sagen, hat mich das Set nicht sonderlich überzeugt. Das war schon auf dem 1.3er-Server so und hier auf dem Testserver mit dem Update 1.4 hat sich das nicht geändert. Wem das Set Spaß macht, dem sei es gegönnt. Ich finde es jetzt nicht sonderlich gut, denn so ein richtig krasses DD-Set ist es nicht und für alles andere überzeugt es mich eben auch nicht so. Damit sind wir jetzt auch am Ende des Guides angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir sehr gerne ein Däumchen hinterlassen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr denn so von der Sache mit dem Taktiker-Set zum Beispiel haltet oder auch mit den anderen Sets, was ihr da so von den Änderungen haltet. Und ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, ganz klar habe ich euch wieder mal einen Link in die Kommentare reingepackt. Da kommt ihr zu MMOGA. Und ansonsten sehen wir uns die Tage wieder hier in The Division. Euer Lathan.